Also gut, ähm, wo ist unser Bötchen? Oh, ein Birnbaum, warte mal. Alter, diese Axt, ne? Die Axt ist ein Traum. Einschlag und der Baum liegt. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. So, wo ist unser Boot? Etwas weiter oben. Da. Also die Axt hat sich auf jeden Fall gelohnt, muss man einfach sagen. So, dann wollen wir mal. Wir müssen nach oben, ne? Genau, und zwar in diese Richtung. Da ist irgendwo eine Insel, die wir besuchen sollen. Ich ess mal was. Nicht vor Hunger sterben hier auf Worsi. Aha. Jetzt die Frage, welche ist es? Die vordere, die hintere? Es scheinen zwei zu sein. Ich lege mal hier an. Die scheinen irgendwie auch verbunden zu sein. Oh, was ist das denn? Brauchen wir nicht mitnehmen, Limestone? Was zum Teufel ist das? Tufa. Ja, Moment. Moment. Ich hacke hier erst mal ab. Was ist das? Erst mal das hier. Mining Quarry? Was zum Teufel? Okay. Quarry Output? Okay, Fuel rein und dann... Ah, krass. Die fördert das dann ab, oder was? Erstmal mit Lightning? Mit was? Kristallen und so. Kristalle haben wir gar nicht. Die müssen wir herstellen, ne? Das war, glaube ich, eine... Genau, Deep in the Caves. Oder ist das das, was wir da entseckt haben, das leuchtende? Okay, das ist krass. Wir haben hier also eine... eine Mine, die wir betreiben können. Die wird für uns automatisch... Sachen abernten. Das ist ja geil. Oh, hi, grüßt euch. Habe euch gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, okay. Heißt also... Das ist nur eine Mineninsel. Sonst gibt's hier nichts. Oh, warte mal. Halt, stopp. Ich mit meinen Wurstfingern drücke mal gleichzeitig, wenn ich die 3 auswählen will, die Pickaxe, drücke ich mal gleichzeitig die 4. Mit. Also mit der 3 zusammen. Deswegen passiert das immer so, dass ich dann die Fackel weg ist. Weil ich so Wurstfinger habe. So. Ein schöner Tag. Die Welt steht still. Ein schöner Tag. Komm, Welt, lass dich umarmen. Uah. Da will ich gar nicht hin. Da will ich gar nicht hin. Hallo. Tschüss dich. Habt ihr hier irgendwas zum Spawn? Ja, ich sieh's schon. Okay. Kann ich das hier abbauen? Ich frage für ein... Hä? Ich frage für ein Freund. Ich will mal irgendwas gucken. Mit F. Das kann ich nicht abbauen. Okay, alles klar. Höh. Okay, das kann ich nur ranschwimmen, ne? Hatte ich das schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt ungern das Boot einfach dafür holen. Okay. War was da hinten? Nein, ne? So. Äh. Das ungünstig. Ich siehe nichts. Nein. Aber diese leuchtende Materie in den Steinen, das haben wir noch nirgendwo anders gefunden außer hier. Ob der rollende Stein auch hier ist? Ich hab... Hab ich gerade was gesagt? Nein, hab ich nicht, ne? Ich hab nichts gesagt, oder? Der hat hier den Dings verschossen. Also... Zwischendurch hat er hier, äh, den Stein getroffen. Witzig. Warte mal, lacht da was? Äh. Sag mal, kommst du dir von hinten angeschlichen? Du kleine Kräckhure. Oh, hier oben nicht Geld. Hä? Wie komm ich denn da hin? Hä? Was soll denn das? Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja gemein. Da oben nicht Geld, Mann. Kann ich was bauen? Eine Foundation für Recht und Verfassung? Warte mal. Äh. Eine Treppe. Oben bitte. Kann ich hier oben anknüpfen? Warte mal, wie geh ich nochmal nach oben? Alt und Shift, ne? Hm. Vielleicht reizt ja schon. Ich weiß es nicht. Alter, ich krieg das nie im Leben hin. Oh, bitte. Ja, doch. Uah. So. Äh. Dann bitte abreißen. Dankeschön. Gut. Dann würde ich sagen, Attacke. Attacke Hühnerkacke. Die nächste Hülle. Die nächste, etwas größere Hülle mit dem Schalter. Der Schalter. Korruptus Tombos. Das sind ja witzige Namen. So. Alter, was zum Teufel bist du denn? Natürlich, klar. War ich jetzt auch völlig drauf vorbereitet. Ich laufe jetzt erstmal, ne? Alter, Schwede. Was zum Fick. Die Höhle ist auch irgendwie gefühlt dunkler, habe ich das Gefühl. Hier ist überall alles schwarz und dieses modrige Zeug ist hier überall. Die Fäulnis. Die Fäulnis. Wo war das denn nochmal mit der Fäulnis? Die Fäulnis. Die Fäulnis. So. Ähm, ja. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Alter. Okay, da unten ist ein großer gewesen. Hier rechts. Ich gehe erstmal hier gucken. Ich ernte erstmal. Ich bin ja Erntehelfer. So. Das nur Stein, das brauche ich nicht. Stein ist eh voll. Hier war doch gerade noch jemand, ne? Ist das Kohle? Nein. Hallo, guten Tag. So. Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo, okay. Oben ging's auch noch irgendwo hin, ne? Was ist das denn da drüben? Die Musik. Das mit dem Kämpfen ist, glaube ich, auch ganz geil. Also, jeder siebte Schlag. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ich glaube, wir sind wieder aufgestiegen, ne? Wir sind, glaube ich, wieder aufgestiegen. Ein Level ab. Haben jetzt vier. Acht brauchen wir dafür. Noch mehr Speed. Was kriegen wir denn danach eigentlich? Cooldown. Okay. Ich würde, glaube ich, das machen wollen. Also brauchen wir noch vier Levelpunkte. Na, müssen wir mal näher dran gehen. Danke. Als ob die hier oben drauf Schubkarren hingelegt haben. Die Monster. Als ob. Oder waren das Menschen? Menschen. Geißel der Menschheit. Ähm. Immer diese Menschen. Die Menschen, die die Monster vielleicht nicht innehalten wollen. Kann natürlich auch sein. Das weiß man nicht. So. Flup, 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 flup. Okay. Äh. Oha. Oha. Ich sehe schon. Bevor ich jetzt. Hier scheint es ja irgendwie weiter zu gehen. Ich würde erst einmal. Lucky, lucky machen. Bei, äh. Kollegah Schnürschuh. Dem anderen Weg. Wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal war. So. Full of Darkestence. Full of Darkestence. Full of Darkestence. Äh. Hier waren wir schon. Wo waren das nochmal? Verdammt. Waren hier nicht zwei Wege oder so? Irgendwo waren zwei Wege. Wo ich abgebogen bin. Da bin ich falsch abgebogen. Ähm. So. Hier war der Eingang. Genau. Dann lass doch nochmal gucken. Hier runter. Hier lang war nichts. Genau. Hier ging es lang. La 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 la. Oder gab es nur den einen Weg? Habe ich mich da verguckt? Hier ging es noch irgendwo lang? Ah, hier haben wir die hinten in der Ecke erledigt. Genau. Dann kann man hier runter. Da oben kann man drauf. Da waren wir drauf. Oder ich habe mich, glaube ich, verguckt. Das kann auch sein. Weil hier geht es. Ja, okay. Da waren wir schon. Alles klar. Okay. Dann gibt es tatsächlich doch nur den einen Weg. Ein Weg statt mehr Weg. Schubidubidu. Müllerskuh. Müllerskuh. Das bist du. Hi. Natürlich. Aua. Ernsthaft? Kann der runterfallen? Ich frage für einen Freund. Kann der also nicht. Okay. Alles klar. Ich dachte, er fällt runter, aber anscheinend ja nicht. Ne? Es sieht ein bisschen aus wie eine Ausgrabungsstätte hier, ne? Hier so. Äh. Was war das denn? Ich bin erleuchtet. Warum ist jetzt hier Licht angegangen? Was zum Teufel? Da hinten wartet schon jemand auf uns. Oder ist Tag geworden? Ist das Sonnenlicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja. So. So. Kohle nehmen wir mit. Hier ist er auch hell geworden. Was soll denn das? Wer macht hier die ganze Zeit die Lichtschalter an? Das ist nie im Leben Sonne. Da macht doch irgendjemand im Hintergrund das Licht an. Diese Steine hier. Hier diese viereckigen. Oh nein. Aber das sieht nicht so aus, als würde da was drin spawnen. So. Kohle. Merkwürdig, dass hier keiner ist. Schon sehr strange. Ich frage mich, wann wir dieses Weapon-Tier bekommen dann quasi. Dieses Weapon-Tier für dieses, äh, eine Gestein, was wir abbauen können. Das muss ja entweder die nächste Pickaxe oder einer von den dann kommenden sein. Bin ich sehr gespannt. Wann und wo wir es kriegen. So, hier oben. Ah, okay. Da sehe ich schon. Da ist Party. Ich bin hier und wo bist du? Jetzt komm mit mir. Hier ist die Party-Biene. Die haben mich nicht gesehen. Okay, hier sind Fallen. Oh, Alter. Hier sind noch mehr Fallen. Alter. Was zum Teufel. Da geht's runter. Ich würde mir die jetzt erstmal schnappen. Die Kollegas. Sieht er mich? Die kommen die Treppe nicht hoch. Hehehehe. Heeeeeeeeee! Whoo! Was willst du hier? Ich hau dich aus dem Leben, Mann. Junge. Junge, Junge, Junge. So. Ich hab Hunger. Ich hab Bärenhunger. Nach so einem Kampf hab ich immer Hunger. So. Ah, heute werd ich nicht alt. So. Wo gehen wir als erstes hin? Erstmal hier. Den Fallen ausweichen. Moin. Alter, was war das denn? Was war das denn bitte da unten? Warum? Warum ist denn der Boden weggefallen? Das ist ja gemein. Also, da oben geht's lang, hier geht's lang. Müssen wir uns mal merken. Hör mal zu. Ich bin hier. Wo bist du? Äh, ja, okay. Ich so hier so. Er so da so. Was zum Teufel ist denn hier los? So. Level up. Wie viel haben wir denn jetzt? Sechs. Okay. Was haben wir hier? 30% Kritik-Chance. Jetzt haben wir 20%. Was kommt hier? 10% Chance. Charge, äh, mega. Crit. Set multiples Crit Damage bei 3. Auch geil. Also dreimal. Also dreimal, also multipliziert mit dreimal kritischen Schaden dann. Aber 10%ige Chance nur. Würde ich doch schon gerne den siebten, weil wir schlagen ja schon mehr wie siebenmal. Würde ich schon gerne diesen siebenmaldings, hier ist der Stein, den wir aktivieren müssen. Würde ich schon gerne diesen siebenmalgedönster, würde ich schon gerne ausprobieren. Also mit jedem siebten Schlag. Nicht mit jedem siebten Ei, sondern mit jedem siebten Schlag. Oh, Wassermelone, lecker. In jedem siebten Ei. Heute seien sie dabei. Also mit jedem siebten Schlag gibt es dann 30% mehr Schaden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, was da stand. Das war ja fies mit dem Loch hier. Wären wir dann tot, obwohl es da... Äh, was zum Teufel? Hier fällt alles auseinander. Bisschen baufällig. Oha. Ah, das sieht man also auch. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen, das ist Signal Iduna geht. Ach, die alten Werbung von früher. So, was ist denn hier? Etwas Großes. Huuuuh. Aua, Alter. Oha. Da ist auch so'n, so'n... Bss, bss. Bss, bss. Alleine auf Insel. Soll mir egal sein. Die Lava sieht echt geil aus. Finde ich, muss ich sagen, persönlich. Trifft genau meinen Geschmack. Plupp, 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 plupp. So, da ist noch jemand mit Blitz. Oh. Ich verstecke mich hinterm Stein, dann sieht er mich nicht. Der hat mich schon bemerkt. Hallo. So, der ist weg. Ist hier oben wieder irgendwas mit, äh, was wir nicht abbauen können wahrscheinlich, ne? Was ist, wo geht's hier hin? Ich frage für'n Freund. Ja, da unten ist was zum Abbauen, was wir nicht abbauen können. Aber hier ist noch was. Das machen wir noch. So, noch mal mit. Plupp, 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 plupp. Oha. Ähm. Das wird so schief gehen, sag ich ja jetzt schon. Huah. Ich weiß, das... Wir werden direkt tot sein, ne? Alter. Ich bin instant tot. Alter! Ihr wollt mich doch verarschen. Was zum Teufel? Uff. Ich hab Hunger. Erstmal was snacken. Ich hab mich schon in ne Lava gesehen. Okay. Let's go. Oha. Alter. Uh. Oh, da ist noch jemand. Okay. Äh. Ich muss essen. Ganz dringend. Puh. Die Bären sind lecker. Nicht, dass ich davon Durchfall bekomme. Aua. Aha. Zehn minus. Okay. Kannst du mal in die Lava fallen. So, jetzt müssen wir sieben Punkte haben, ne? Wenn ich recht gezählt habe. Ja. Einen Punkt brauchen wir noch. So. Das heißt, wir haben ja alles abgefrühstückt. Wir können zum Schalter gehen. Der Schalter. Wo war denn jetzt der Weg? War das hier die Treppe hoch? Ich glaub ja, ne? Ja. Okay. So. Nicht in die Fallen laufen. Das wäre ganz toll. Mr. Len. Natürlich. Ich sag's noch. Ich hab's noch gesagt. Mann, du Eumel. Was liegt da? Also, können wir mitnehmen. Full of, äh. Full of Stone. Stone of Full. Oder, ja. Wie auch immer. Äh. So. Essenz ist voll. Stone ist voll. Nur am Nörgeln, der Kerl. Müssen wir uns bald mal einen neuen Backpack kaufen, wa? Einen größeren. So. Activate, please. Juhu. Oha. Das wär jetzt böse ausgegangen. Direkt erstmal in den Tod springen. So. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Gehen wir nicht. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Wollen wir nicht. Hier ist so schön. Weil wir zusammenstehen. Hier ist schön. Weil wir zusammenstehen. Wer hat denn hier grad Licht angemacht? Was zum Teufel? Das hab ich nicht verstanden. Was soll, was soll mir das sagen? Ich hasse das, wenn, 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 wenn Spiele irgendwas machen und du, es wird nicht aufgeklärt. Das ist wie bei Filmen. Mann. Lauf ich richtig? Ich find den Ausgang nicht mehr. Ja, doch. Wir laufen, glaub ich, richtig. Zumindest, äh, zeigen uns die Essenzen, dass wir schon hier gewesen sind. Gar nicht mal so schlecht, vielleicht den Backpack voll zu haben. So, da sieht aus, als wäre hier Licht und da ist auch schon der Ausgang. Sehr, sehr schön. Juhu, gut. Gut, also, müssen wir im Prinzip nur noch eine Höhle aktivieren. Prima. Gut. Sehr schön. Haben wir das? Alter. Ernsthaft? Unglaublich. Da ist ein Seil. So, meine Freunde, ich würde sagen, mit der Fackel am Steg, ähm, stehen wir hier genüsslich rum und würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann werden wir die letzte Insel hier erkunden und dann müssen wir ja wahrscheinlich wieder hier hin. Und, äh, ja, das wird ein Spaß. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Schaltet wieder ein bei Lenz Island. Ich freue mich auf euch. Bis denn. Tschüss.